Mit Garmin Basecamp planen wir in diesem Video gemeinsam eine Mehrtagestour. Als Grundlage soll uns die Route aus dem vorherigen Tutorial dienen. Wenn du das verpasst hast, dann habe ich es dir oben rechts verlinkt. Diesmal fügst du weitere Wegpunkte auf deiner Karte hinzu, die wir dann für Übernachtungen nutzen wollen. Anschließend teilen wir die geplante Route übersichtlich in Etappen, die du zum Beispiel für eine mehrtägige Motorradtour verwenden kannst. Hallo, ich bin Thomas und in meinem Kanal gebe ich dir Einblick in die Welt der digitalen Navigation, nützliche Apps und Geräte. Das Wissen über ihre Anwendung und Bedienung ist das, was ich dir hier frei Haus liefere. Abonniere doch am besten meinen Kanal. Das geht ganz schnell rechts unter dem Video und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr von mir verpasst. Willkommen bei Garmin Basecamp, der kostenlosen Software zur Routenplanung und Verwaltung. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du weitere Wegpunkte anlegst, die du später zur Planung von Übernachtungen nutzt. Mit Hilfe dieser neuen Wegpunkte wirst du die Route zuerst umplanen und dann in mehrere Etappen zerlegen, die du getrennt voneinander zur Navigation verwenden kannst. Alles, was du jetzt brauchst, ist die Karte für deine Wunschregion und eventuell ein öffenes Browserfenster mit Google Maps oder der Google Suche, um geeignete Orte zu finden. Ich habe mir die Freizeitkarte für Schweden herausgesucht, um mit dir eine Rundfahrt zu planen. Außerdem lege ich eine neue Liste in meinem Übungsordner an, die ich Backups nenne. Übrigens, im Video oben rechts erkläre ich dir, wie du mal einen richtig fetten Roadtrip planen kannst, von der Recherche bis zur kompletten Organisation. Zuerst geht es darum, der bereits geplanten Tour weitere Wegpunkte hinzuzufügen. Für unser Beispiel wähle ich Campingplätze, die in günstigen Abständen zueinander liegen. Bei der Lage der Campingplätze entscheidest du nach deinen Präferenzen, ob es Wald sein soll, ob es lieber am Wasser sein soll und ob du nach dem letzten Wegpunkt nur kurz oder noch sehr lang fahren möchtest. Natürlich kannst du auch weitere Ziele für unterwegs anlegen. Mein Beispiel gibt dir nur eine Orientierung. Weitere Wegpunkte könnten zum Beispiel Einkaufsmöglichkeiten, Tankstellen, Touristinfos oder Restaurants sein. Bedenke, dass in weniger stark besiedelten Gegenden solche Ziele weit verstreut liegen können und deshalb eine Vorausplanung sehr sinnvoll ist und vor bösen Überraschungen wie einem leeren Magen oder schlimmer noch, einem leeren Tank schützt. Willst du in Ländern mit dem Jedermannsrecht wild campen, lege dir am besten zusätzliche Ausweichmöglichkeiten an. Nicht immer spiegelt das Bild auf der Karte, egal ob topografisch oder Satellit, die Realität wieder. Unter Umständen kann es nötig sein, die Übernachtung an einen anderen Ort zu verlegen. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieses Kapitels zusammen. Für eine Mehrtagestour lege weitere Routenpunkte an. Wichtige Punkte können Nachtlager, Einkauf, Tanken und Essen sein. Schaffe dir zusätzliche Alternativen. Füge jetzt die neuen Wegpunkte in deine Route ein. Öffne dazu das Infofenster der Route. Über den Plus-Button fügst du, wie bereits im letzten Video gelernt, diese neuen Wegpunkte ein. Willst du bereits die Reihenfolge beim Einfügen bestimmen, markiere jeweils den Wegpunkt, vor dem du den neuen einfügen willst. Selbstverständlich kannst du die Reihenfolge jederzeit noch per Drag & Drop anpassen. Wenn du alle neuen Wegpunkte zur Route hinzugefügt hast, klicke auf Neu berechnen. Ändere gegebenenfalls die Reihenfolge der Wegpunkte, wenn du mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist und lasse danach die Route neu berechnen. Passt das Ergebnis, lege jetzt in deinem Arbeitsordner eine weitere Liste an, die du Backups nennst. Wir wollen ein Duplikat deiner Route anfertigen, bevor wir sie weiter bearbeiten. Du kannst zwar jeden Schritt in der Bearbeitung rückgängig machen. Das gilt aber nur für die aktuelle Sitzung. Klicke in der Liste mit rechts auf die Tour, klicke Duplizieren und versehe dann das erzeugte Backup, beispielsweise mit dem Zusatz Backup. Schiebe dann das Backup in die neue Liste mit den Namen Backups und lösche die Datei in der Arbeitsliste. Jetzt kannst Du später immer wieder auf die Ursprungsroute zugreifen. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieses Kapitels zusammen. Füge die neuen Wegpunkte im Info-Fenster der Route über den Plus-Button hinzu. Um einen neuen Punkt gezielt an eine Position in der Liste zu setzen, markiere einen bestehenden Punkt, vor dem der neue Wegpunkt eingefügt werden soll. Erstelle ein Duplikat der Route und eine Backup-Liste. Verschiebe das Duplikat dorthin und lösche das Duplikat in der Arbeitsliste. Beschäftigen wir uns nun mit einem neuen Werkzeug, dem Teilen-Werkzeug. Rufe es in der Dateileiste unter Werkzeuge auf oder direkt in der Symbolleiste. Ist das Werkzeug mit der Schere dort nicht zu sehen, aktiviere die Anzeige in der Dateileiste unter Ansicht und Symbolleisten. Grundsätzlich gilt zum Einsatz des Teilen-Werkzeugs, dass außer Start und Ziel mindestens ein Wegpunkt oder Routenpunkt auf der Route gesetzt sein muss. Wie Du Routenpunkte ohne Wegpunkte setzt, zeige ich Dir im Basecamp-Tutorial oben rechts. Das Teilen-Werkzeug schneidet die Route in zwei Teile. Fahre dazu mit dem Werkzeug über die Route. Damit Du die Route teilen kannst, muss die Route ausgewählt sein und Du musst mindestens hinter den ersten Weg- oder Routenpunkt mit dem Werkzeug fahren. Besteht die Möglichkeit die Route zu teilen, färbt sich der Abschnitt dunkler, den Du jetzt abschneiden kannst. Um jetzt die erste Tagesetappe zu erzeugen, fahre mit dem Werkzeug auf die Route hinter dem ersten Nachtlager und klicke mit dem Werkzeug auf diesen Abschnitt. Im folgenden Dialogfenster musst Du bestätigen, ob der Übernachtungspunkt von beiden Routen verwendet werden soll. Da ich davon ausgehe, dass Du hier am nächsten Tag wieder starten willst, klicke Ja. Du hast jetzt den ersten Abschnitt abgetrennt. Der Abschnitt vor der Trennung behält den Namen der Route. Der Abschnitt hinter der Trennung wird neu benannt. Passe die Namen der tagesischen Abschnitte am besten zum Schluss an. Fahre mit der Aufteilung der weiteren Tagesabschnitte fort, indem Du die übrig gebliebene Route markierst und hinter dem nächsten Übernachtungspunkt abtrennst. Nach der letzten Teilung bleibt nur noch die Rückfahrt übrig. Passe nun die Namen der Tagesabschnitte nach Deinen Wünschen an und ändere für jede Etappe die Farbe, wenn Dir das hilft, den Überblick zu bewahren. Du kannst Touren auch teilen, indem Du das Infofenster der Tour öffnest. Markiere dann den Wegpunkt in der Liste, hinter dem Du den Schnitt ausführen möchtest. Klicke mit rechts auf den Punkt und wähle Teilen. Dann erscheint das Dialogfenster, wo Du auswählen kannst, ob der markierte Punkt in beiden neu entstandenen Routen verwendet werden soll. Im Infofenster wird jetzt die Route hinter dem Schnitt dargestellt. Wähle für Dich die Methode, die für Dich am übersichtlichsten erscheint. Ich selbst bevorzuge den Schnitt auf der Karte, weil ich sehen muss, was ich tue. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieses Kapitels zusammen. Zum Teilen verwende das Teilenwerkzeug. Eine Route benötigt neben Start und Ziel mindestens einen weiteren Routen- oder Wegpunkt. Teile die Route nach einem Routen- oder Wegpunkt. Die Route kann auch im Infofenster geteilt werden. Du kannst beim Teilen festlegen, ob der Schnittpunkt von beiden Routen genutzt werden soll. Die einzelnen Etappen der geplanten Route kannst Du jetzt jeweils zum Beispiel als GPX-Datei exportieren, um sie in Navigations-Apps wie Komoot oder auf Navigationsgeräten zu verwenden. Du kannst hier zusätzlich die gesamte Route aus der Backup-Liste als Datei exportieren. Hast Du ein Garmin-Gerät angeschlossen, wähle entweder eine Etappe mit den zugehörigen Wegpunkten oder alle Elemente für alle Etappen der Liste aus. Klicke in der Liste auf ein Element mit rechts und wähle Senden an. Wähle dann Dein Garmin-Gerät und sende die Daten. Alternativ kopierst Du die Daten per Drag & Drop in das Gerät. Zur Verwendung kannst Du die Etappen separat in Deinem Garmin-Gerät zur Navigation aufrufen. Weitere Hilfen zu Garmin-Produkten findest Du oben links. Die ganze Welt von Komoot stelle ich Dir in der Playlist unten links vor. Ich freue mich auf Deine Fragen und Kritiken, genauso wie über Deinen Daumen hoch für dieses Video. Ich bin Thomas, bis zum nächsten Mal.